Jo Leute, Pure Cracker Fireworks wieder am Start für euch und heute testen wir die Premium Martellery Shell von Boomer. Ja, so sieht das Ganze hier dann ausgepackt aus. Wie man sieht sind das hier kleine Zylindershells hier dann mit dem Mörser dabei. Ja Leute, dann hoffen wir hier, dass die ganz schön sind und dann wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß beim Test. Boah, für die Größe richtig fettes Teil. Die sind richtig gut für die Größe, gefallen mir. Boah, für die Größe richtig gut für die Größe. Boah, für die Größe richtig gut für die Größe.